Hi Leute, willkommen zu einem neuen Teil vom Sprinterausbau. Heute werden wir einen Schnorchel verbauen. Und ich kann euch den hier einmal kurz zeigen. Könnt ihr mal mitkommen. So Leute, das ist der Schnorchel und zwar ist der von der Firma Bravo. Nicht wie die Zeitschrift, sondern der Schnorchel Bravo. Genau. Wir haben hier wieder eine Schablone dabei. Ja, das haben wir hier ein paar Silikon-Schleiche, nämlich dicke. Ein bisschen Kleinzeug, ein Zertifikat war mit bei. Im Grunde genommen selbsterklärend. Ich habe tierisch Bock drauf, das Ding jetzt einzubauen. Wir suchen uns jetzt noch ein bisschen Werkzeug zusammen. Und dann sehen wir uns vorne am Auto wieder. Ich habe die Schablone jetzt aufgebracht. Ich hoffe, dass die okay ist, wie sie ausgerichtet ist. Ich werde mir jetzt die zwei Bohrpunkte anzeichnen. Und natürlich den Durchbruch hier. Da gibt es nämlich einfach hier so einen kleinen Pfeilmarker. Ich würde dir noch was sagen, bevor du zeichnest. Na, mach mal. Auf dem Mipa-Protektor heilt das Band von Wirth sehr, sehr gut. Für kurze Zeit erst mal. Ja, man sieht es ja hier. Ja. Okay, zeichnen wir an. Ja, zeichne mal. Das war es schon. Im Grunde genommen können wir die jetzt wieder runternehmen. Gibt es noch was, was zu sagen? Ja, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Wir haben jetzt auf den Lack gemalt. Wir werden jetzt als erstes unseren Bohrer fertig machen für die beiden Löcher. Und dann werden wir hier und auch nochmal zwei Bohrungen machen, dass wir mit der Stichsäge, wir werden es mit der Stichsäge ausschneiden. Wie wir alles mit der Stichsäge schneiden, ähm, ja, es sollte gut funktionieren. Aber als allererstes, bevor wir da irgendwas mit der Stichsäge machen, könntest du mich mal kurz durchlasten? Ja, aber bitteschön. Weil ich habe hier einen Durchmesser von drei Metern. Bevor wir das von draußen schneiden, müssen wir hier erstmal die ganzen Kabel zur Seite packen. Das werden wir jetzt erstmal alles machen. Und dann geht es schon schon ans Schneiden. Ja, weil es auf jeden Fall doppelwandig ist. Ja. Das heißt, wir haben hier draußen einmal ein Blech, was wir durchmachen müssen. Und dann hier drin das Blech auf jeden Fall auch nochmal auf der Höhe hier ungefähr. Gucken, wie wir da rankommen. Na? Ja. Aber es ist machbar. Oder irgendwie wird das schon funktionieren. Ja. Einfach mal machen. Ja. Ich werde das mit einem kleinen Feinbohrer erstmal vorbohren. Ungefähr die Mitte. Der Master of Disaster. Ich habe jetzt ein Metallsägeblatt drauf. Ich habe diesen Pendel gut mal ausgeschaltet. Komplett auf Null. Leute, ganz wichtig. Schutzbrille, 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 Schutzbrille. Wenn ihr mit Metall arbeitet. Holz. Das sollte man auch eine Schutzbrille tragen. Aber bei Metall, also Metalspänen im Auge, ist echt nicht mehr zu spaßen. Also Schutzbrille, Sicherheitshandschuhe. Sprichst du da etwa aus Erfahrung? Ja. Obwohl ich... Was haben wir geschnitten? Genau, wir hatten die Seitenbleche rausgeschnitten. Und obwohl ich die Brille auf hatte, ist... Hier rüber ein Splitter rein, ging es Glas und mir dann ins Auge rein. Obwohl ich eine Brille auf hatte. Das ist wohl ein Berufsrisiko. Jetzt geht es an die Löcher. Dann halb mal kurz. Ich halte. Ich halte. Es ist nichts passiert. Ich habe geguckt. Okay? Ja. Der hat sich schon wieder kaputt. Jetzt ist der andere. Oh nein. Caro? Ist das Blech hier reingefallen? Ja. Ich habe sie sehen. Wie kriegen wir das wieder raus? Warte. So, wir haben jetzt die Durchbrüche fertig. Leider ist uns nicht aufgefallen, dass die Kamera gerade ausgegangen ist, als wir den zweiten Durchbruch gemacht haben. Und das Blech, was uns hinten reingefallen ist, hier, das haben wir auch wieder rausbekommen. Es lag Gott sei Dank ungefähr hier auf der Höhe. Jetzt werden wir noch ein bisschen Bonox drauf machen. Wir möchten ja kein Rost. Okay, ich habe jetzt einmal kurz den... Huch! Na, war. Habe ich den Schauschen einmal kurz rangehalten. Habe mir einmal die Position von der Halterung aufgezeichnet. Die werde ich jetzt hier anlegen. Die drei Punkte zeichnen, durchbohren. Und das Ding wird mit Poppniten befestigt. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Das ist die Treibpunkte-Tuning-Säule. Ich habe leider nichts zum Vorkörnen. Jetzt probieren wir erstmal mit Pop-Leaden, ob die passen. Ja. Fünfeinhalb Millimeter. Sieht super aus, ne? Ja. Okay, auch da machen wir wieder ein bisschen Rostschutz ran. Und wir werden auch zusätzlich Sika nehmen. Auch hier werden wir nachher Sika rumsetzen, überall, dass uns da nichts reinläuft. Vorsitzender halber. Schaden tut es nicht. Oder? Ja. Schweinchen. Boah, was für ein Blick. Oh, Schweinepuh. Ist schon wieder eingeschnappt. Für so kleine Löcher jetzt hier, um den Nack reinzubekommen, um den Rostschutz zu gewährleisten, nehme ich einfach einen Q-Tip. Ich weiß ja, kennt man es ja, ne? Ja. Machen wir ein bisschen Farbe ran. Streichen uns hier an der Seite ab. Dann kann man schön mit den Q-Tips einmal schön rein. Na, ja. Und somit hat man auf jeden Fall schön die Farbe drin und nicht zu viel Farbe auf dem ursprünglichen Lack. Ich finde das eine ganz gute Idee so. So, in der Zeit, wo die drei Punkte hier trocknen können, werden wir jetzt noch die Popnieten setzen, die hier jeweils reinkommen. Ok. Ok. Ok, voll gut fest. Ich zeig euch mal, wie das von innen aussieht. Wo es noch nicht alles fest ist. Ja. Und dann ist der Durchbruch. Dann geht das hier so lang. Macht eine Kurve und geht dann da hier in den Lüftungskasten. Das ist aber so eine Frummelarbeit. Na, dafür hast du ja so eine kleinen dünnen Händchen, um da schön in solche Ecken reinzukommen. Ja. Ne? Ja. So, wir sind jetzt im Motorraum fertig. Ich zeig das euch noch mal kurz. Genau. Kannst du das mal kurz zeigen? Das ist die Tasche aber mit unserem Fieber. Ja. Oh, jetzt habe ich mich selbst angestreilt. Hier ist der Durchbruch. Dann geht es hier lang. Hier und dann haben wir es hier an dem eigentlichen Luft-Dings-der-Bumms herangemacht. Luftkasten. Luftkasten, genau. Jetzt müssen wir noch da oben was machen. Ja. Da, genau. Und dann sind wir schon fertig. Ja. War gar nicht so schwer. Nö. Okay, ich glaube, das war es. Der ist fest. Der ist jetzt erst mal fest hier. Festzikoso. So Leute. Der ist jetzt auf jeden Fall richtig fest. Der ganze Wagen kann nicht daran bewegen. Jetzt nur noch den Kopf rauf. Mit der Schelle anschrauben und dann ist das Thema schon erledigt. Und vor allem, was das Geniale ist, was beim Amarok nicht war. Die hatten die Schelle gar nicht mitgeliefert. Und jetzt wird sogar eine schwarze mitgeliefert. Ja. Und der Schnorchel beim Amarok war auch von Bravo. Ja. Ne? Ja. Und hier ist auf jeden Fall eine Schelle bei. Auch in schwarz. Also absolut genial. Die Schelle machen wir da hinten, ne? Ja. So. Drauf. Mal ausrichten. Okay. Fest. Ich glaube, der Schnorchel ist fertig, ne? Der ist fertig. Der ist fertig. Der ist fertig. So, das war es wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Sonntag geht es mit dem Dach oben los. Was wir da machen, seid gespannt. Schaltet wieder ein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Bis nach unten. Hier bis göz nicht auch aufs Dach. 1 bis 2 bis 4. klein in Versichسم. gebracht. 10 bis 3. Im Pluto. cad von müssen wir beim 일 machen, es werden zu helfen? Überhört werden noch. Tschüss, community! Tschüss! Bye-bye!